Der fährt 19. Ja, auch mal kurz. Nein, ich habe mir gar keinen. Wer ist der? 15, so was. In welche Richtung meinst du? Einwärts. Also ich gucke jetzt mal auf Röbertor. Röbertor einwärts? Ja, natürlich. Das ist so schönes Wetter. Da hat man ein Krimis und sieht nicht so gut. Jetzt können wir gerade wieder Hieber da areng. Beide. Hieber da. Hieber da. Hieber da. Hieber da. Hieber da. Gäber da. der ist schon aus dem Alpensee also 10.45 Uhr 45 Uhr der ist gut den soll ich vorlesern das wird langweilig 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 der ist der ist der ist der ist der reviert aus der ist der ist der ist Liga-Frei, da muss man da. Tja, kommt die auch wieder raus. Manchmal ist es die beste zu belastete 50. Ja, jetzt muss ich warten, bis der komische Wüste kommt. Ja, da kann der Bus jetzt nicht. Das ist ein bisschen nett. Ich habe einen Schabuss. 3.17 Uhr, oder? Ich habe einen Schabuss. Wer fährt schon mal? 1.17 Uhr oder 1.17 Uhr? Jetzt kommt es auf der Runde. Schiep mal an. Jetzt kommt es auf der Runde. 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 Dann kommt es auf der Runde. Das war schon mit mir drei gestehen. war gar nicht zu arg angenehm. Die haben Vorträger im Bus aussteigen, wenn nicht. Zufallkaffee. Ich bin auch da, die in Gleis verborgen. Den Gleis öfters. Wer ist das? Hinten ist der Tag. Ich weiß nicht, wenn es der Tag nicht mehr geht. Der Tag ist ein Wetter. Sonst gibt es ein Wetter. Es ist ein Wetter. Das ist der Tag. Das ist der Tag. Das ist der Tag. Das ist eine komische Schiene, jetzt wird sie bestimmt gleich wackelt. Ich habe sie nie gesehen, das ist ein echter Komfort. Und das nächste Zustand ist der 2 Reifen. Da können sie wieder ausbauen. Ja. Ja, die schiebt sich gut. Ich muss jetzt das Teistern umlegen, dass er den Platz anbaut. Ja, klar. Ja, das geht nicht sicher. Das Fahrzeug ist noch nicht so viel weiter zu haben. Ich möchte mich noch auf die Tür fahren. Das ist jetzt wüscht. Nein, kein Kliff. Das ist wüscht. Ich sage es dem Thomas. Dann heult er wieder. Das ist noch ein Lieblingsbuch. Das ist noch ein Lieblingsbuch. Fakt. Ja, das ist noch ein Lieblingsbuch. Ich habe hier noch ein Lieblingsbuch. Ja. Gut geschütten, die Schöne. Gut geschütten, die Schöne. Die Schöne fangen die Fahrzeuge. Jetzt kommt die Zittermolstein. Ich glaube, wir haben keine Leiter dabei. Nein, nein. Oh Gott, der komische Bus. Ja, weg. Keine Straßbelastung, du kannst ja gleich einstellen. Du kannst dich vollständig aufhören, dass du zwölf. Du musst bloß aufpassen, dass das Connection in Levenkreuz steht. Nein. Sind wir schon zufrieden? Ja, ich glaube nicht. So, Cesar, für diesen Text zu Ihnen für die Kollegen. Der Roman, der Roman, kann sich nochmal ein Signal. Er ist zwei. Da steht ein Mann, der wahrscheinlich auch einen Rolltimer machen möchte. Da steht dann direkt am Signal, dass die Kollegen vielleicht, der das auch mal machen kann. Mama, ich stehe mich an. Direkt an. Direkt an. Ein Mann zum Vorderen haben. Ja. Jetzt hat man gesagt, dass wir mal bei der Lächste ankommen. Mhm. Man muss jetzt bei der Kommission bleiben können. Ich habe settings. Das ist sehr unbekannte Schammer.